Kinderchirurgie ist eigentlich die gesamte Chirurgie im Kindesalter. Es ist eine riesen Bandbreite von Kopf bis Fuß. Jegliche Fraktur wird von Kinderchirurgen versorgt. Wir operieren aber auch die verschiedenen Organsysteme, wie zum Beispiel die Blase. Das machen sonst die Urologen, das machen wir aber als Kinderurologen. Ansonsten die angeborenen Fehlbildungen, das heißt alle Kinder, die mit angeborenen Fehlbildungen auf die Welt kommen, werden von Kinderchirurgen operiert und all das, was dementsprechend auch der Allgemeinchirurg bei Erwachsenen operiert, machen auch die Kinderchirurgen.